Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem bei uns grauen Oktobervormittag. Wir wollen die Essenz des Qigong übeln. Und wir beginnen heute mit Pendeln. Für die Ausgewogenheit wiegen wir den Körper. Nach rechts und links. Um uns beschwingt zu fühlen. Wir wollen in Schwung kommen. Wir wollen schwingen. Wir wollen schwingen. Schaut auf die Arme. Ich bewege sie nicht. Sie bewegen sich. Ich lasse einfach los. So, setzen wir das Spielchen mal fort. Schaut mal. Ich bewege die Arme nicht. Sie bewegen sich. Ich drehe mich nur. Und die Arme schwingen ohne jeden Ehrgeiz einfach so mit. So, das war Spielchen. Und jetzt wollen wir uns zur Seite drehen. Und zwar auf drei Ebenen. Gebt acht. Wir drehen erst mal die Hüftpartie. Gut, dann drehen wir die Schulterpartie. Und jetzt drehen wir den Kopf. Und genauso geht es zurück. Erst den Kopf, dann die Schulterpartie und dann die Hüften. Machen wir mal zur anderen Seite. Erst die Hüften, dann die Schulterpartie und dann den Kopf. Kopf zurück, Schulterpartie zurück, Hüften zurück. Also drei Schritte. Hüften, Schultern, Kopf. Kopf zurück, Schultern zurück, Hüften zurück. Und nochmal zur anderen Seite. Hüften, Schultern, Kopf zurück, Schultern zurück, Hüften zurück. So, und jetzt lassen wir das mal ineinander übergehen. Wir haben das nur im Hinterkopf. So, und bleiben wir bei dem Thema, werfen wir jetzt Reis. Da drehen wir uns ja auch zur Seite. So, und dann... So, und dann... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Andererseits die Elastizität dieses breiten Gummibandes. Gut, konzentrisches Öffnen und Schließen. Für das Schließen sinken wir und atmen aus. Für das Öffnen steigen wir und atmen ein. Die Übung stärkt die Mitte, erzeugt das Bauchgefühl. Und die Übung stärkt das Charisma, die Ausstrahlung, nicht über den Geist, sondern über den Bauch. Es gibt auch Leute, die haben Charisma, die haben Ausstrahlung, einfach über den Bauch, über den Körper. Nicht nur vom Geist ausgehend, nicht nur vom Intellekt ausgehend. Körperliches Charisma. Körperliches Charisma. Ja, Gegenseite vom Mähen. Ja. Ich bin auch. Ja, ich bin auch. gut, Hände überbordeln, Schultern tief und entspannt, Daumen nach oben, in den Energieball hineintreten, da öffnen und schließen, gut, still im Ball stehen, zwei, gut, drei, zweimal Drei-Kreise-Übung, erst die Drei-Kreise-Übung für das Becken, der erste Kreis geht so, Hüften nach vorne, sinken, Hüften zurück und steigen, Hüften nach vorne und sinken, Hüften zurück und steigen, oben gehen wir nach vorn und unten gehen wir zurück, oben gehen wir zurück, gut, jetzt drehen wir die Bewegung um, unten nach vorn steigen, oben zurück sinken und nach vorn das Becken hochkommen und oben das Becken zurück, gut, 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 das war der erste Kreis. Der zweite Kreis, ich möchte ihn anhand eines absurden Bildes erklären. Stellt euch vor, es ist eine verrückte Party bei einem Lehrer zu Hause. Und es ist eine Schultafel und ihr zieht die Arschkarte. Das heißt, ihr bekommt die Aufgabe, so ein Stück Kreide so lang in den Bauchnabel reinklemmen, das Kreidestück. Und ihr sollt mit dem Kreidestück im Bauchnabel auf diese Schiefertafel einen Kreis malen. Also Kreidestück im Bauchnabel und ihr steht jetzt fünf Zentimeter vor der Tafel und ihr sollt mit dem Kreidestück einen Kreis auf die Tafel malen. Das geht so. Zur einen Seite hochkommen, zur anderen Seite runtergehen. Eine Seite hochkommen, rübergehen, zur anderen Seite und runtergehen. Ja, das ist so Hawaii, Hula Hula. Stellt euch vor, ihr tragt ein Bassdröckchen und ein schöner Bikini. Ja. Hüften nach rechts runter, Hüften nach links hoch und umgekehrt nachher. Ja, wechseln wir mal die Richtung. Sinken, steigen, Seite wechseln, sinken, Seite wechseln, steigen, Seite wechseln, sinken, Seite wechseln, steigen. Das war der zweite Kreis. Jeder Kreis hat zwei Richtungen, klar. Jetzt kommt der dritte Kreis, den kennen wir in- und auswendig. Der eine oder andere wird sich gewundert haben, warum wir heute kein Hüftkreis und Schwimmen gemacht haben. Hüftkreisen kommt jetzt. Links, hinten, rechts, vorne. Links, hinten, rechts, vorne. Das ist Gegenseite, äh, Gegenuhrzeigersinn. Gegenuhrzeigersinn ist links, hinten, rechts nach vorn. So, die Übung hier hat einen Spitznamen. Schaut mal. Der Betronkene. So, mal andersrum. Uhrzeigersinn. Links, nach vorn, rechts, zurück. Gut, wir vermerken noch mal geistig drei Kreiseübungen für das Bäckern. So, nächstes Mal frage ich ab, dann hole ich, picke ich mir jemanden raus und sage, ich zeige mal die drei Kreiseübungen. Das kann jeden von euch helfen. Okay. Jetzt kommt die drei Kreiseübungen mit dem Energieball zwischen den Händen. Die gleichen Richtungen, klar. Erste Richtung ist das hier. Das machen wir gleich mit dem Wiegeschnitten. Ball halten zwischen den Händen und einatmen, heben und ausatmen, senken. Dieser Kreis ist von der Seite zu sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und diese Übung habe ich von Kenneth Cohn, meiner Meinung nach der beste Qigong-Lehrer aus den USA. Kenneth Cohn hat auch ein ganz hervorragendes Qigong-Buch geschrieben, Kenneth Cohn. So, Richtung wechseln ist immer noch der erste Kreis. Einatmen, heben, ausatmen, senken. Gewicht nach vorn, Gewicht nach hinten. Hinten Absatz heben, vorne Fußspitze heben. Gut, das gleiche auf der Gegenseite. Ich hatte das rechte Bein vorn, jetzt nehme ich das linke Bein nach vorn. Einatmen, heben und ausatmen, senken. Gut. Gut. Die Richtung wechseln, einatmen, heben, ausatmen, senken, hinten absatzheben, vorne Fußspitze heben, Gewicht nach vorn, Gewicht zurück. Gut, so, der zweite Kreis ist am besten von vorn zu sehen und schaut die obere Hand. Hier stelle ich mir vor, dass die obere Hand die untere Hand hochzieht und hier stelle ich mir vor, dass die obere Hand die untere Hand runterdrückt. Also baut euch kleine Aufmerksamkeitslesezeichen, Erinnerungsmarker. Überlasst nicht so viel den Zufall. Es hilft euch, den Geist in der Achtsamkeit zu halten, wenn er euch kleine Aufgaben setzt. Gut, Gegenrichtung. Die obere Hand zieht die untere Hand hoch, die obere Hand drückt, die untere Hand runter. Eine Seite einatmen, andere Seite ausatmen. Diese Übung macht den Raum im Kreis und im Bad deutlicher wahrnehmbar. Wird zu einer realen energetischen Erfahrung. Der Raum, der im Kreis liegt und vor allen Dingen der Raum, der zwischen den Händen liegt. Das war der zweite Kreis. Jetzt kommt der dritte Kreis. Hier lernen wir etwas sehr Interessantes. Wir lernen das energetische Wahrnehmen von Nähe und Ferne. Er spürt, wie zwei Energiebereiche aufeinander zugehen. Der eine Energiebereich ist der Unterbauch und der andere Energiebereich ist der Ball zwischen den Händen. Es fühlt sich interessant an, wenn der Energieball auf den Bauch zukommt. Und es fühlt sich sehr interessant an, wenn der Energieball vom Bauch weg geht. Auch hier wird der Raum, der in diesem Kreis, den die Hände beschreiben, liegt, wird energetisch sehr intensiv wahrnehmbar. Das ist das eine. Aber es kommt noch etwas hinzu. Also die Wahrnehmung des Kreises, den die Hände vor dem Bauch beschreiben, die Wahrnehmung geht in den Bauch hinein. Also die Übung hier hilft uns, Energiegefühl im Bauch zu entwickeln. Die Übungen, die ich unterrichte, sind vor allen Dingen auf der energetischen Ebene. Wenn jemand Rückenprobleme hat, dann soll er die Somatics machen. Ich habe die Somatics auch angeboten in den Webinaren, aber es kommt keiner in die Gruppen rein. Das ist doch gut. Bloß das sind Grundlagen. Also gewisse Grundlagen sind nötig, um Energieübungen zu machen. Wenn der Körper voller Gliederschmerzen ist, weil Blockaden oder Steifheit da ist, dann kann ich schwerlich mit Energie arbeiten. Dann muss ich erst mal gucken, dass ich den Körper geschmeidig kriege. Und dafür sind die Somatics hervorragend geeignet. So, dann mal andersrum. Meiner Meinung nach sind die Somatics dafür wesentlich besser geeignet als diese klassische Wibbelsäulengymnastik oder Rückengymnastik, die da Landauf, Landab angeboten wird. Und die Krankenkasse trägt das ja mit. Gut, ja, dann seht ihr, wir haben jetzt ziemlich viel Zeit mit der Drei-Kreise-Übung verbracht. Wir haben, und schaut mal, ich halte den Ball immer noch. Warum? Weil der ist wie eine Batterie. Der bringt mich im ganzen Körper zum angenehmen Flirren. Das ist so eine vitale Blut des Lebens. Der ist wie eine Batterie. Eine Batterie, die ihr jederzeit selbst aufladen könnt. Schön. Ja, machen wir daraus hervorgehend gleich mal weiter. Eine Variante der letzten Übung. Schaut, Hände über den Boden. Jetzt liegen die Hände auf dem Ball. Kleiner Exkurs ins Hun Yuan Shikong. Die Daumenballen rutschen am Gürtel entlang. Dann strecken wir die Arme aus und schwingen weiter rüber. So, hier holen wir uns die Energie der Erde, das Yin der Erde, über den Daimai in den Körper. Hier sammeln wir es. Und wenn die Daumenballen am Bauch entlangrutschen, geben wir es in den Körper ab. In den Daimai, in den Bauch, in den Körper. Okay. So, und wenn ich mal zu viel gemacht habe, wenn ihr mal zu viel gemacht habt, im Garten, sonst wo. Nehmen wir mal an, mir tut die Schulter weh. Aber was mache ich dann? Ich übe dann so wie heute. Denn mir tut jetzt gerade mal zwei, drei Tagen die Schulter weh. Dann übe ich so. Dann hat meine Schulter die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und sich auszuholen. Gewisse Bewegungen unterlasse ich dann einfach. Und andersrum. Ich finde es ganz wichtig, wenn wir auch mal aus den Nähkästchen plaudern. Unsere kleinen, dummen Geheimnisse verraten. Verraten. Mir tut es hier weh, mir tut es da weh. Ich habe dieses Problem, ich habe jedes Problem. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und teile alles. Wir können den Schmerz teilen und wir können das Glück teilen. Ja, schön. So, dann überlegen wir mal, wo es weitergeht. Und zwar ist das in diesem Fall nicht schwer. Wir haben viele Vorbereitungsübungen ausgelassen. Und zwar haben wir ausgelassen die Uhrwelle. Schaut. Schaut. Kopf heben und zurück. Kopf senken, Kind zur Brust. Kopf heben und zurück. Kopf senken, Kind zur Brust. In sich zusammenfallen und aus sich heraus sich aufrichten. In sich zusammenfallen, hier bricht die Welle und aus sich heraus sich aufrichten und aufbauen. So, ich bin noch in der Welle. Deshalb habe ich die Hände über dem Boden immer noch. So, jetzt drehen wir diese Bewegung um und die Wellen laufen mal in diese Himmelsrichtung und sie laufen mal in jene Himmelsrichtung. Die Bewegung umdrehen und ich habe auch mal die Himmelsrichtung gewechselt. So, fangen wir jetzt an. Kopf beugen, Kind zur Brust. Kopf heben, Kopf in den Nacken. Sehnen, steigen, ausatmen, einatmen. Und ja, eine Welle läuft durch den Körper. Und für viele ist die Atmung ein Buch mit sieben Siegeln. Legt mal die linke Hand auf die Brustmitte und legt mal die andere Hand auf den Bauchnabel. Und wir wollen die, in Anführungszeichen, Bauchatmung mal wahrnehmen und erfahren. Atmet so ein, dass die Bauchdecke sich hebt, also so rauskommt. Atmet so ein, dass der Bauch dicker wird. Und jetzt atmet so aus, dass der Bauch schlanker wird. Die untere Hand ist nur da, um das wahrzunehmen. Das ergibt sich von selbst. Atmet ein bisschen mehr als sonst ein und spürt, wie der Bauch praller wird, dicker wird. Und beim Ausatmen lasst los und spürt, wie der Bauch flacher wird. So, das ist Bauchatmung. Was passiert? Beim Einatmen senkt sich das Zwerchfell runter und dadurch wird der Bauch ausgedrückt. Beim Ausatmen geht das Zwerchfell wieder hoch und dann hat der Bauch wieder mehr Platz und der wird flacher. So, okay. Und wir üben zunächst mal in der Bauchatmung. Und das können wir jetzt bei dieser Übung hier sehr leicht wahrnehmen. Eine energetische Atemübung. So, jetzt kommt noch was ganz Interessantes. Der Bauch ist nicht das Einzige, was sich beim Einatmen ausdehnt nach vorn. Dieser ganze Bereich dehnt sich aus. Der ganze Bereich rundherum. Vor allen Dingen hier und hier. Und deshalb machen wir jetzt mal so. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, schließen. Wechseln wir mal die Seite. Und das ist hier wiederum eine Übung aus dem Neun-Sonnen-Shao-Lin-Chi-Gang. Neun-Sonnen-Shao-Lin-Chi-Gang ist diese Übung drin. In der sechsten Übung, glaube ich. So, ihr könnt auch das machen. Wenn wir so üben, üben wir mit dem Inneren. Und vor allen Dingen kommt hinzu mit dem äußeren Atemraum. Was ist der äußere Atemraum? Der äußere Atemraum ist das, was zwischen Händen und Körper- und Bauchdecke ist. Hier. Das ist das, was hier zwischen ist. Zwischen den beiden Händen. Das ist der äußere Atemraum. Und den lernen wir energetisch wahrzunehmen. Gut, ja. Dann haben wir als Variante das hier. Schaut mal. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. 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 Lasst uns über den Atem einfach mal fließen, wie ihr gerade Lust habt. Kompression, Expansion, Kompression, Expansion, Verdichten, Erweitern, mit leichter Berührung, Verdichten, Erweitern, Verdichten, Erweitern, Verdichten, Erweitern und das Verdichten und Erweitern als energetischen Prozess des äußeren Atemraumes wahrnehmen. Verdichten, Verdichten, Erweitern, Verdichten, Erweitern, Verdichten, Erweitern. Stellt euch vor, ihr arbeitet mit einem hochsensiblen Luftballon, den ihr weiter werden lasst und den ihr zusammendrückt. Macht die Bewegung nicht achtlos, da kommt ihr nicht in den energetischen Level rein. Was ist das für eine Energie? Wie ist die greifbar? Die Energie ist die Kraft, die alles hat entstehen lassen. Nennen wir einfach mal eine Zahl. Vor 13 Milliarden Jahren, sagt man, ist unser Weltall, unser Kosmos entstanden. Welche Kraft war dafür nötig? Die Kraft des Ursprungs. Und mit dieser Kraft freunden wir uns im Qigong an. Wer jetzt hochreligiös ist, der könnte von mir aus sagen, okay, wir freunden uns mit der Kraft Gottes an. Wer jetzt physikalisch, wissenschaftlich veranlagt ist, der sagt, ich freunde mich mit der Energie an. Ist doch egal. Für mich ist das egal. Wichtig ist, dass ihr diese Erfahrung, diese Wahrnehmung entwickelt, denn die gibt euch Kraft. Gut, ja, eigentlich wollte ich den Atem anbetreffen, die sie übermachen. Einatmen und senken. Einatmen. Aufsteigen, ausatmen, senken. Der Atem füllt den Pegel des Sauerstoffes in den Lungen an und der Atem senkt den Pegel des Sauerstoffes in den Lungen an. Die Kunst im Qigong ist, dass wir solche leichten Übungen als den absoluten Kick erleben lernen. Deshalb ist die Kunst, das Einfachste der Welt als extravaganten Kick erleben. Und das ist eine neue Dimension. Dann wird der Alltag zauberhaft. So, so könnte ich jetzt laufen. Schaut mal. Schaut mal. Linke Hand, linke Hand, rechtes Bein. Ausatmen, daneben setzen. So, das nenne ich Geh-Meditation. Also, im Gehen meditieren. Und damit die Gedanken nicht abschweifen, machen wir eine kleine Körperübung dazu. Also, rechte Hand, linkes Bein ein und aus daneben setzen. ites Bein ein und das linke Bein daneben setzen. Und ausatmend daneben setzen. und linke Hand, rechtes Bein und ausatmend daneben setzen. Der nächste Schritt ist dann das hier, ein und aus, müheloses steigen und in einen leichten Widerstand drücken, denn das beruhigt und erdet. Energie steigt auf, Energie senkt sich ab und jede Zelle des Torsos wird gespürt. Und hier kann ich dann natürlich auch gut zu laufen, das sieht dann so aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, gut, Hände über den Boden, Energie durch den Körper spüren, großer Atemkreis, das ist das, so aus, dass er, das ist, ein, aus, Und bei so einer einfachen Übung, bleibt beim Experimentieren, so werdet ihr besser und besser. So, und lernt von den ganz großen Meistern die Übung. Hier habe ich von Großmeister Feng Sikyang. Schaut euch an, wie Großmeister Feng Sikyang das macht. Ich mache es so ähnlich. Hände auflegen und abspeichern. Untertitelung des ZDF, 2020 Und bewertet, ob das gut war für euch oder schlecht war für euch, auch danach, wie ihr euch psychisch, geistig, nervlich danach fühlt. Und bewertet es nicht nur nach einer äußeren Form. Ja, dann setzen wir uns und tauschen uns auf.